Musik 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 Ich habe einen sehr poetischen artistischen Abend mit einer Symbiose von Musik, von Artistik, von Bildern, die auf mich einwirken und das hat es genau heute Abend Es war ein extrem poetischer und feinfühliger Abend, aber trotzdem bin ich die ganze Zeit ganz gespannt und wollte wissen, was als nächstes passiert Vor allem diese kleinen stillen Momente sind für mich die schönsten Musik Musik Also mir hat es extrem gut gefallen, muss ich sagen Ich finde, es knifft in so einer Nische, die man bis jetzt noch gar nicht gesehen hat Musik 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 Der Zyklop ist eine Maschine und der Heureka ist eine Maschine Das sind alles Maschinen, die aber dann doch eine gewisse Zärtlichkeit ausstrahlen Musik Hm? Es hat sehr viel Poesie vor allem auch durch den Clown, durch den Linatz und dadurch wirkt es für mich sehr, sehr spannend und interessant Also die Akrobatik und so ist wahnsinnig Super, ja? Ja Und mit dieser Musik dazu es hat mega gepasst Die Stimmen sind irrsinnig Poesie pur zusammen mit ganz viel Musik es ist einfach toll Es ist ein riesen Spektakel und es passt hervorragend in die Halle Aber der Schluss ist also schon recht ein Highlight Also man auch von Trampen und alles und ich sag's nicht, ich verrate den Schluss noch nicht Aber der Schluss ist schon recht genial